Ich hatte schon oft mit Bad Boy zu tun, aber seine Identität blieb immer geheim. So funktioniert DedSec. Jetzt will er mich treffen. Sehr... ungewöhnlich. Ich werde ihn mal durchschütteln und sehen, was er vorhat. Bad Boy. Was? Bad Boy 17. Bitte was? Bad Boy 17. Clara. Clara. Du siehst nicht aus wie 17. Sehe ich aus wie ein Bad Boy? Ich würde sagen, eher wie ein Risiko. Ich mache dir doch keine Angst. Hast du einen Grund, mir Angst zu machen? Jetzt wirst du aber paranoid. Ach ja? Irgendwer mischt mein Leben auf. Bedroht meine Familie und gleichzeitig will sich der mysteriöse Bad Boy mit mir treffen? Und er ist eine Sie? Er ist eine Lüge? Hör mal. Ich muss dir vertrauen können, Clara. An deiner Stelle würde ich mir nicht trauen. Aber hier ist ein Grund zuzuhören. Die Nachricht, die du geschickt hast? Ich weiß, wo man ihn findet. Ja, also deswegen müssen wir uns ja nicht persönlich treffen. Doch. Das persönliche Treffen war nötig. Du wolltest Dead Sex System Hacks? Jetzt hast du mich. Du solltest etwas netter sein. Ich eröffne dir gerade eine neue Welt. Ja. Du bist nicht die erste Frau, die mir sowas verspricht. Damit machen die alle ihre Drecksarbeit. Und sie wissen nicht, dass ich Zugang habe. Du hast das geklaut? Ein mächtiges Tool. Aber mach keine Fehler. Du kannst schnell jemanden verletzen. Sehr. Ich glaube, du vertraust mir nicht. Gib mir einen Grund, dir zu vertrauen. Na gut. Der Typ mit der Nachricht. Wie finden wir ihn? Wir arbeiten zusammen. Du mit allem, was ich dir geschickt habe. Ich verfolge sein Signal. Du bist nicht ganz das, was ich erwartet habe. Und du bist genauso, wie ich dachte, Aidan. Und dann, was ich noch nicht mehr. Du bistідstund. Untertitelung des ZDF, 2020